Bist du gerade glücklich? Mir ist ein Weg eingefallen, wie ich Satomi glücklich machen kann. Was hast du denn jetzt für Ideen? Wenn ich Toma helfe, bist du dann vielleicht glücklich? Shion benimmt sich komisch. Shion benimmt sich immer komisch. Tu ich gar nicht. Das tust du wohl. Die Versuchseinheit sollte in der Schule sein. Wenn dieser Vorfall an die Öffentlichkeit gerät, nimmt Hoshima schweren Schaden. Shion! Sie ist ein Produkt unserer Firma. Sie wird sie vollständig löschen. Wie furchtbar. Wir, wir wollen Shion noch einmal treffen. Was zum Teufel ist da los? Die Versuchseinheit ist mit einem Mann im Gebäude auf der Flucht. Geheimnisse werden erst ganz am Ende gelüftet. Geheimnis auf der Flucht. Was ist immer noch nie möglich? Ich bin jetzt gleich glücklich. Sie wird sie schwer zu sein. Sie ist un Aktiviertel. Es gibt sie immer noch nicht, wenn ich es nicht dazu建立send. Ich bin jetzt Überrasch. Ich bin jetzt noch nicht. Sie ist ein Glück. Schia, sprich mit mir. Sag mir, bist du gerade glücklich?